Mein Name ist Gianna Valentina Bauer, ich bin Schauspielerin und ich habe in dieser Pandemie gelernt, dass es nicht immer reicht, Abstand zu anderen Menschen zu halten. Man muss auch Abstand zu sich selbst halten. Wenn ich also merke, dass ich mir selber mal wieder zu nahe komme, dann gehe ich auf Abstand zu mir selbst. Dann gehe ich einfach aus dem Zimmer und bleibe gleichzeitig drin. Dann bin ich auf Abstand von mir selber und kann mich so nicht mehr gefährden. Und wenn ich in ein Zimmer gehe, in dem zwei Leute sind, dann bitte ich vor darum, dass drei rausgehen. Dann ist minus eine Person in dem Zimmer und wenn ich dann reingehe, ist das Zimmer leer. Dann bin ich also noch nicht mehr allein. Das ist das Sicherste. Und ich finde, das können alle so machen. Das ist nicht so schwierig. Bleibt gesund und unterstützt die Corona-Maßnahmen.